Moin moin ihr Polygon-süchtige Menschen. Ja, es geht endlich weiter mit Wolfenstein wieder. Einige davon haben schon sehr lange danach gewartet. Einige nicht. Ja, wir waren hier stehen geblieben, wenn ich das so richtig in Erinnerung behalte. Wir sollen... Musste ich tatsächlich mal nachgucken, was wir nochmal sollen. Ziele. Treffen Sie Ihren Kreisau-Kreiskontakt in einem Gebäude in der Nähe der Kirche, Lagerhaus. Finden Sie das Lagerhaus, von dem Ihr Kontakt gesprochen hat und suchen Sie nach dem Gold-Codebuch. Oder folgen Sie Sergejs Anweisungen, um mit dem Goldenen Morgen an Ihrem Unschlupf-Kontakt aufzunehmen. Gut. Ich würde erstmal zum Goldenen Morgen laufen. Und... Ja, eins wollte ich noch sagen. Ich habe, als ich den Part letztes noch beendet habe, noch einige Secrets hier eingesammelt. Zum Beispiel war da oben noch Gold gewesen. Und... Sonstige Gebiete, wo ich halt noch ein bisschen geheime Bücher oder Gold eingesammelt habe. Deutschland ist frei. Jo. Warum auch nicht. Ähm, das wollte ich euch nochmal so sagen. Ist jetzt nichts Relevantes, was man jetzt unbedingt zeigen musste. Aber ich wollte euch wissen lassen, dass ich... Jetzt... Mehr habe als vorher. Und da ist ein Gegner. Ah, okay. Wir müssen auch da lang. Ich wollte euch eigentlich leben lassen. Aber... Ihr wolltet es ja so. Wer mich angreift... Den bestraft meine MP40. So. Ein bisschen K98 Munition einsammeln. Ähm... Hier lang, oder? Ja. So. Achso, ich dachte da... Wär was. Ähm... Ist hier was? Ja. Hier ist doch bestimmt noch was verstecktes. Wollt ihr im Krankenhaus besuchen? Er war nicht auf seinem Zimmer. Die Krankenschwester am Empfang konnte keine Unterlagen von ihm finden. Das sind die Wölfe. Sie haben das Krankenhaus übernommen. Mein Gott, was können Sie ihm angetan haben? Äh, hallo? Sie haben hier nichts zu suchen. Verschwinden Sie! Wer sind Sie? BJ Blaskowitz. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ähm... Ist das hier der Weg zum Krankenhaus? Ich stück hier einfach mal nach. Hallo, Roné. So, weil ich glaube, hier war irgendwie noch Secrets, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah, okay. Okay, ja. Hier war das Secret. Äh, wie ihr seht, habe ich hier mit dem, äh, Schlaghammer hier. Da wird freigehauen. Und da war halt dann, äh, Gold versteckt gewesen. Gut. Da war ich jetzt schon mal hier gewesen. Und kann dann hier, wenn du mal Plast machen würdest. Oh, wala. Falsche Tasse. Ich dachte, da liegt was. Okay, wir wechseln jetzt einfach mal so Stadt mit der Ost. Also die komplette Stadt, Isenstadt ist in mehreren Stadtteilen eingeteilt. Äh, Ost, West, ich glaube, Nord und Süd gibt's auch noch. Achso, ja, genau. Der würde uns jetzt aus so einem Krankenhaus, äh, verfolgen. Aber, wir lassen ihn hier irgendwie rumstehen. Da wir ja eigentlich so einen goldenen Morgenrestmen wollen. Hier ist doch noch bestimmt was, oder? Oder? Gibt's hier was? Ne. So. Wow. Frisch, ganz frisch. Ah! Ah! Scheiße. Nachladen. Ja! Okay, du hättest auch mal, was tun können. Ah! Mach was! Au, du bist echt ein Vollhauster. Hier, frisch das. Wow! Ja, ist okay. Ich komm in Frieden. Junge, wo schießt du hin? Vorsicht, ich stehe hinter dir. Ah! Der hat auf mich geschossen! Mein toller Kollege, der irgendwie wenig tut. Außer auf mich schießen. So, ja, seid ihr? Ah! Wie viele kommen da noch? Ich guck mal kurz hier rein, ne? Oh! Au, Alter! Boxt der mir erstmal in die Fresse. So, okay. Jetzt können wir uns ein bisschen hier umsehen. Ähm. Ich glaube, dass hier wieder irgendwie was Verstecktes ist. Ähm. Oh, er speichert. Ja, da haben wir doch was. Äh. Wir haben Dokument 8 von 14. Okay, war hier? Nein. Aha, ich drück jedes Mal die E-Tasse, obwohl ich die F-Tasse trinken wollte. Da haben wir doch schon wieder was. Gold, sehr schön. So, können wir von hier irgendwie... Nein. Wir können hier keinen Track snipen. Oh, super. Schon wieder die E-Tasse, verdammt! Ich weiß nicht, warum ich instruitiv die E-Tasse drücke, obwohl ich die F-Tasse drücken will. So, ja, schön, die Munition einsammeln. Ach, ich liebe ja Spiele, wo man einfach nur über die Munition, äh, oder die Waffen halt drüberlaufen muss. Und man die sofort einsammelt, ohne dass man sie irgendwie... ...wirklich noch aufheben muss. Das mag ich dann nicht. So, gucken wir hier. Nein, gut. So, ist hier was? Sieht aus wie eine Poststation, oder? Äh, hallo? Was hat der denn da versucht? So. Hier haben wir ein bisschen Gold. Okay. Ich hör doch da was. Was? Was? Hallo? Ich hab... Ich hab... Hier, ihr seht das Blut. Ich hab hier jemanden getötet. Wo ist der? Scheiße! Hier verschwinden die Leichen. Oh Gott. Nein. Hier verschwinden Leichen. Wo bin ich hier? Hallo? Also, ich glaub, ich bin hier beim Goldenen Morgen angelangt, oder? Also, laut Questmarkierungen muss ich hier langen. Hm, na gut. Da war das wohl doch nur so ein Zwischenraum. Ich guck dann trotzdem hier nochmal nach. Ah, wir können das MG nehmen, aber... Ist leider kein... Teil, was man... Mitnehmen kann. Und hier... Haben wir wieder ein Buch der Macht. 5 von 9. Haben wir auch schon fast geschafft. Ist ja... Super. So. Was haben wir hier? Nein. Will ihr möglichst hier alle Secrets hier finden? Wie das hier. 16 von 44 Gold. Oh, so. Noch was. So, wie kommen wir hier hoch? So. Aber... Gegenlaufen. Oh, super. Ja, gut. Äh... Lassen wir das. So. Sehen wir hier noch irgendwie was? Weil, äh... Secrets... Leuchten entweder, ähm... Auf, in diesem Modus. Oder... Diese, äh... Zerstörbaren... Ja... Punkte... Wo halt Secrets dahinter versteckt sind. Die werden auch... Leuchtend angezeigt. So, gut. Ich gehe davon aus, dass sie hier alles haben. Dann... Wollen wir doch mal hier den Kollegen hier Gesellschaft leisten, der irgendwie... Ehe... Unfähig ist. So, wo geht's hier rein? Äh... Hallo? Wer... Bist... Du? Hallo? Benötigen Sie etwas? Was? Äh... Ja? Oh! Wir... Ach, hier gibt's auch einen Schwarzmarkthändler. Cool. Ähm... Ja, ich möchte dann noch mal kurz was kaufen. Kaufen wir jetzt einfach mal einen Schalldämpfer wohl. Ne. Schalldämpfer muss nicht sein. Dämpfer... Nein. Ähm... Ja, ein Großkaliber. Sehr schön. Großkaliber für die MP43. Dann ist doch was Schönes. So, ist... Ach, Scheiße! Nein! Okay, dann machen wir erstmal eine Kirchenmission. Die wollte ich zwar jetzt eigentlich nicht tun, aber... Na gut. Dann... Blazkowicz, dieses Licht am Himmel ist das Land der Welt. Geben Sie sich zur Kirche und helfen Sie uns, sie zu stoppen. Bevor Sie die ganze verdammte Stadt zerstören. Okay, Moment. Ich... Ähm... Ah, gut. Ich kann leider doch nicht zurück. Ja gut, dann sind wir halt doch gezwungen, die Kirchenmission zu machen. Und wie ihr seht, hier geht's verdammt... Ah, ab. Also... Wollte ich eigentlich jetzt nicht machen. Oh, Scheiße! Ah, ich wollte gerade runter springen. Ähm... Ich stimme da, dann muss ich so, die brauchst du eh nicht mehr, ne? Ah! Kollege, hast du was zu erzählen? Nein. Aber hier gibt's Gold. Nein, 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 nein! Oh, Scheiße! Ich will hier weg! Okay, dann... Hier runter. Ja, ähm... mach ich sofort ja wartet muss erst raus oder wie aaa der Porträt dafür da hatte ich eben euch in der schießt schießt ja schön ich auch scheiße MGs hier aaa so gut wir haben schon mal 2 von 19 Gold wow ich seh die gar nicht du dann gucken wir mal hier oben hier fang das mal wow das war echt meine Rettung dass ich hier noch so einen geheimen Bereich hatte das war echt meine Rettung und hier haben wir schon wieder Gold hat sich doch gelohnt so haben wir hier noch irgendwie was ja noch ein geheim Dokument 106 sehr cool so da man ist dieses MG ausgeschaltet da vorne ist noch ein MG-Tüfen ok ok moment Mist Mist ich treff den ok ok dann machen wir das mal von hier aus äh Junge die habe ich eben schon getötet ach so da kommt immer wieder ein neuer wer sagt das doch gleich so hier nochmal Turlein sammeln ja verreckt halt's Maul boom fuck doch mal ja los na was ist gut ja und mir bietet ihr keine Hilfe an oder was ach jetzt seid ihr nett ups ok 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 wir müssen hier in der Nähe von den zweiten sein ok wartet kuckuck Überraschung wow was explodiert denn hier hey na ich wollte mal guten Tag sagen scheiße wo geht's denn zum zweiten MG hin scheiße wo geht's denn zum zweiten MG hin warte mal da vorne ist doch was ja sehr cool gold so er ist einmal ganz wichtig ich sollte ach so der speichert ja automatisch ok so ich glaube da vorne müsste ich zu einem G hochkommen so so los na voll arsch so wir haben nochmal wir haben da haben nochmal wird Wow, da ist das NG So, guten Tag Haben wir's Äh, okay Brechen Sie durch die Tür Ja, ich komm ja schon Alle in Bewegung, zu den Toren Ja, ich bin doch da Durch das Tor, los jetzt, los Was, wie runter Hä Achso Gehen Sie zur Kirche Gold Ich komm, Gold Na gut Schießt Ah, Gold Ja, dann schieß halt Super Hättet ihr auch gekonnt Ihr Noobs So, ah, hier haben wir nochmal Munition Hier ist doch bestimmt noch so ein Dokument, oder? Hm Sieht nicht so aus Ja, ja, ich, äh Ich komm gleich Ja, hier Sehr schön Munition und Kohle So, was haben wir hier? Ah, ein Dokument Ah, Munition Sehr schön Wow Scheiße Scheiße Wow Also bei nicht so riesen Viech müssen wir nämlich Die, ähm Energiezellen, die ihr hier seht Angreifen Ja, wir müssen halt die Energiezellen angreifen Weil nur dann können wir ihn vernichten Sehr schön Boom So, und wir haben eine neue Waffe Die Partikelkanone Ich muss sagen, die Partikelkanone ist echt cool Also Die hat auf jeden Fall rein So, hier nochmal schnell Munition aufsammeln So 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 Verreckt Okay Na los. Schieß doch. Aua. Brennt ihr Schweine. Wow. Wow. Na, das hast du versucht. So. Stell dir Kohl einsammeln. Jihau. Oh, scheiße. Nein. Jihihihihi. Ah. Ähm. Ja, sie sind tot. Gut, ich würde mal sagen, an dieser Stelle mache ich Pause. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Bis dann.